Alter, was sind bei dir für Hintergrundgeräusche? Das hört sich an wie ein Rasenmäher. Ja, dein Nachbar, der tut bohren. Ich bohre denen auch gleich eine. Yo Leute, was geht ab und willkommen zurück zu Turo 2 mit Ale. Servus. Hallo. Wir sind immer noch auf der Suche nach uns. Ja. Gut, wir gehen drauf. Drei, zwei, eins. Go. Ale ich freue mich, ich renne immer noch mit Steinschwert rum. Ja du. Hauptsache Dias auch mit Steinschwert rum. Hey geil, das ist super ausgewachsen, Steve. Ist doch top. Das ist super, ja. Ich nehme mir mal alles mit, gell. Suchst du mich direkt? Ja. Oder hast du da keine Lust drauf? Doch. Warum ist mein Vendai eigentlich so full? Ich habe eine Höhle gefunden. Und die Dias, bitte. Sie fühlst du die Quali-Sangnage. Nö. Äh. 400 und minus 243. Ja, du musst noch ein bisschen aus, du, gell? Ich? Wie? Kann sein. Hey, ich kann ja gleich auf Höhe 11 hoch gehen, dann können wir da gleich Strip machen. Ja, kannst du tun. Dann kannst du dich auf Höhe 11 einfach gerade ausbauen. Ich wollte jetzt aber eigentlich nicht meine DIA-Picke kaputt machen. Oh, bin ich von hier gekommen? Ja, klar! So, ich bin jetzt immer auf Höhe 11. Hi, schreibt er her. Hi. Er ist auf jeden Fall nicht bei mir. Doch, da drüben. Alex, sneakst du? Ja. Ins End-Sneak mal bitte. Gut, ich seh dich. Ich bin über dir ein Stück. Ich bin auf Höhe 19. Okay. Siehst du mich? Müsst du jetzt gucken. Guck mal rum. Müsstest du mich sehen. Nee. Wie nö. Weißkelette! Ich sehe nie, wenn. Ich bin in dein Strip-Mining-Dunnel gelandet. Das ist bei dir. Ich frage mich immer noch, was du da willst, aber... Ich weiß nicht, was ich da will. Wir könnten ja zurückgehen, da sind noch 8 Gold im Ofen, aber auf die 8 Gold scheiße ich. Ich habe einen guten Opfer. Wer läuft bei dir? Nein, Opfer meine ich. Ich suche immer noch Diaz. Ich suche den unten Strip-Miner, Steve. Ja, du kannst mal zu mir kommen, damit wir endlich mal verzaubern können, die Folge. Achso, okay. Wo bist denn du? Da, wo du nicht bist wahrscheinlich. Steve, sag einmal, du siehst mich. Hab ich doch gesagt, Alex. Bei 400 und minus 231. Na die Richtung. Da ist eine Höhle. Ich seh dich da vorne. Siehst du mich? Nein. Siehst du mich eigentlich? Doch. Siehst du mich echt nicht? Nein. Wie blind bist du eigentlich manchmal? Weiß nicht, oder? Siehst du mich eigentlich doch sehen? Siehst du mich doch? Siehst du mich doch sehen, locker? Ich sehe dich sogar. Es sind doch rote Umrandungen um den Arm. In die richtige Richtung? Weiß ich nicht. Ich strip meine gerade. Ich habe jetzt auch keine 15 Minuten Lust zu gucken, wo du hinläufst. Nein, jetzt sehe ich dich nicht mehr. Jetzt bist du zu weit weg. Hä? Die nochmal wieder zurück. Was? Das sind bei dir für Hintergrundgeräusche. Das hat sich auch mit dem Rasenmäher. Der Nachbar, der tut bohren. Ich bohre denen auch gleich eine. Gibt's doch nicht. Das wird doch nicht die erste Folge sein, wo ich keine Dias finde. Yo, Steve. Boah, eben was machen wir denn jetzt? Du suchst mich. Hä? Du suchst mich. Ganz einfach. Okay. Aber du das im Streetmine Format. Ja. Ja, ich bin jetzt schon bei 309. Und hin so. Ich brauche mich gleich zu dir, Alter. Ja. Oh. Ähm. Es ist so viele Blades hier drin. Oh. Ja, ich. Und was luck ist. Einen Iron habe ich denn dabei 19. Ich könnte mir ein paar Öfen craften. Craften kann ich natürlich kein dabei. Wieso auch? Oh, Felix, das ist fancy zu machen. So ein Herr und Stevie und nicht ein Bohrer. Ähm. Oh, das ist aber für sich zu geil. Ähm. Lol. Ich habe keine Kohle dabei. Okay. Mach mal nicht schlecht. Warte, ich sehe dich nicht mehr, Alex. Doch, jetzt. Ich sneak immer. Du sneakst? Ich sneak immer. Okay. End-Sneak mal. Ja, ich sehe dich da drüben. Siehst du mich nicht? Ne. Du bist manchmal echt blind. Ähm. Wo ist mein ganzes Iron und oben? Natürlich nicht. Ich muss dir jetzt mal Items wegschmeißen. Das hilft nichts. Oh, Knochen brauchen wir das nah, oder? Ja. Eigentlich nicht. Wenn nichts dazwischen kommt natürlich. Also du willst Bäume anflanken. Ich baue mich mal in Richtung zu dir, okay? Ja. Mach das bitte. Zehn Minuten noch. Wuhu. Aber bitte nicht mehr sneaken, Alex. Sonst sehe ich dich nicht mehr. Ja. Oh, jetzt. Ich gehe ein Skelett rechts. Liegst du? Ne. Nur ganz kurz. Seh dich. Alex. Ja. Ich muss mir nur merken, wo ich lang muss. Ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Ich habe dich schon gefunden. Hier. Ah, ich sehe dich. Ja, folge mir bitte. Unauffällig. Komm mit. Komm mit. Weil meistens sind immer Dias. Ja, ja. Meistens. Folge dir. Ich folge dir. Gut, komm mit. Äh. Falsch. Hier lang. Hier. 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 Oh. Noll. Alex. Ja, ich habe gerade einen Boge hin machen müssen. Hey, der war ja vor zehn Sekunden. Ja, ich überlege nur gerade, wo ich meine Öffnung gestellt habe. War der mal vielleicht da hinten? Hier unten. Hier unten. Hier unten. Echt? Nö. Hast du? Gut. Nice. Ja, ich habe einen Shader. Es siehst Licht, also. Ach so. Okay. Gibst du mir mal Zuckerrohr? Ja. Ja, einen Shader habe ich gar nicht drinnen. Ich habe eigentlich normales Vanillelicht. Danke. Baust du Zuckerrohr an? Ja, da, oder? Ja, kannst du machen. Wie du lustig bist. Ja, dann. Ja, mach doch. Ja, du hast es. Du hast alle drei. Ich habe nicht mehr. Mehr hast du nicht? Nee. Egal. Egal. Ich habe jetzt trotzdem einen Zaubertisch. Weil ich meine, dir ficke gerne auf Haltbarkeit für Zauberflug. Ja, du hast es gewusst, wenn man auf dem Weizenblock aufgehuckt, dann leitet er. Echt? Ja. Ich bin ganz gefickst da. Ja. Alex, ich habe was für dich. Ja. Ja. Verbunden. Geil. Ein Ding hast du mir zugehoffen? Ja, eine Diahose. Ich protecte mal meine Iron-Sachen, gell? Ja. Obola, das mache ich. Ich habe noch eine Brust für dich. Eine Iron-Brust. Ich habe auch eine. Ich habe kein Lappnis. Ah. Oh. Hier. Ich habe es hingeschmitten. Okay. Bot. 1. Blast Protection. Noch Unbreaking. Ah. Nur Scheiße. Ich habe Unbreaking auf meine Diabwecke gemacht, dass die nicht so schnell kaputt geht. Schadness 1. Protection. Nice. Schadness 1. Auf deine Brust. Einschwert. Ich hätte auch Effizienz drauf verzaubern können, aber es wäre okay. Warte. Warum habe ich so viele E-Tems? Warum du noch keine Diahs hast, Alex? Ja, manche Light haben zwar drauf. Manche nicht, gell? Manche nicht. Manche nicht. Überall ist Redstone und irgendwo sind Diahs. Auch nicht schlecht. Steve, willst du mir einen Gap machen? Ja, ja. Einen kannst du machen. Wir haben ja nur einen. Ja. Da. Ey, das ist für die erste Folge ohne Diahs. Steve, ich mache mal eine Iron Boots, gell? Ja, habe ich auch schon. Cool, ich bin Full-Bot-Arms. Hey, Squad, noch. In einem Ding mit, gell? Was? Denn... ein Shunt in Table. Ja, bitte. Wie viel Zuckerrohr hattest du eigentlich? Hattest du nur eins? Ja. 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 Ja, Lava. Ich habe nur eins gehabt, ja. Sieht so aus, der unten ist schon wie Wallstrip-Mind. Ich weiß. Jetzt gehen wir noch Diahs suchen, oder? Ja. Oh, ohne X-Ray siege ich gar nicht so gut. Nein, Mann. Ohne... Optifane. Aber... Ding drin ist ja jetzt. Der Pöhle mit dem Creeper. Und Lattes. Ja, gleich! Ja, gleich! Ja, gleich! Ja, auch nicht. Steve, brauchen wir noch ein bisschen Eisen? Ja, wir brauchen noch ein bisschen Eisen. Okay. Das war nur eine kleine Lava-Höhle. Lava-Kübel habe ich sogar noch gar nicht. Ich auch nicht. Aber mit dem kann ich nicht so gut umgehen. Nicht? Im Team nicht, na. Ein Lava ist besser. Du kämpf doch alleine. Ja, Basti. Ich bin gerade in der Aufnahme. Er kommt eh gleich hoch. So habe ich ihn kennen. Das gibt es doch nicht, ey. Keine Diahs in der dritten Folge. Ich finde es schon gut, dass wir verzauert sind. Basti, wir sind gerade mitten in der Aufnahme. User left your channel. Das ist optimal. Perfekt geregelt. Hm, Diahs, Diahs, Diahs. Nein. Oh, sogar eine gute Quelle, Steve. Acht Stück, glaube ich. Ein Zombie. Steve, was machen wir mit acht Diahs, über was ich nicht aufklauben kann? Kannst du eine Brust machen. Brauchst du mehr Bot ans Brust? Steve? Nein, okay. Könntest du mir geben, ja. Aber nicht unbedingt. Zombies gehört, aber keine Ahnung wo. Oder? Was? Ich glaube, ein Zombie noch ein Mini-Zombie. Oh, da geht zwei Mini-Zombies auf einmal. Hier hat irgendjemand gestript mined. Wo ich bin. Kannst du an, dass ihr das war? Hier ist auch noch ein Crafting Table. Kannst du an, dass ihr das war? Hast du ein Crafting Table stehen gelassen? Na, hier war eigentlich drei Stück, ein von dir und zwei von mir. Ja, hier steht nämlich noch einer. Ja, das ist unser Durchdruck. Auf in die andere Richtung. Warum verklicke ich mich gerade? Weiß ich nicht. Ich mache mir ja Brust, gell? Ja. Mann. Na, warum mache ich Produktiv-Rotection drauf, Steve? Oh, bist du behindert? Ich habe mich verklickt. Ja, ich habe mich verklickt. Super, Alex. Und da oben ist der Body-Hard bei mir für lauter Zombies. Warte mal. Ja. Du brauchst Eis, ne? was ist denn da oben? Der ist los. Der ist die Fähigkeiten. Der ist einer Fähigkeiten. steve hier verballert schon so viel iron picke ist nicht normal steve sollen wir uns zum schluss treffen oder wie machen wir das? nö, brauchen wir nicht oder? ich glaube nicht hat den Sir betreten Lass ihn durch Dias und Lava Nice Alex Franz, die kommt noch Herr Bowser Steve bei mir ist links neben mir ein Loch mit Lava wo der Tier vielleicht eingefallen ist oder vielleicht haben ihn aufgeklappt Na solange du nicht in die Lava gefallen ist ja alles gut Ja ich bin gesneakt ich hoffe nicht dass sie da in der nächsten Folge drinnen spawnen Na gut Leute das wars mit der dritten Folge haut rein ich habe keine gefunden Dias aber Alex dafür umso mehr Jo Haut rein und ciao Bye 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 Untertitelung des ZDF, 2020